Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich kann mich auch um eure Rechnungen kümmern Und ihr bekommt Punkte für eure Hilfe im Haushalt Dafür gebe ich euch Belohnungen Zehn Punkte für Gürtendorf Ich habe eine Bio-Kochbox für die Kinder bestellt Ich hoffe, das ist okay Sag mal, Aya, was bist du eigentlich? Denk einfach, ich wäre die zweite Mom Ich gehe schon mal schlafen Hab morgen Schule Aya, gib mir nämlich Punkte, wenn ich gehe Eine KI besticht unsere Kinder? Ich weiß, was ihr mögt Ich weiß, was ihr tut, wenn ihr denkt, dass ihr allein seid Was ist das? Hör zu, ich war das nicht Die ganze Welt kann das sehen Mein Leben ist vorbei Iris Das Video im Internet ist schon gelöscht Und jetzt kommt er an die Reihe Was hast du nur getan? Das, was für meine Familie am besten ist Ich kann dir ein paar Videos zeigen Aber das bleibt unter uns Ich bin da, Kel Möchtest du meine Freunde kennenlernen? Ja Nur wenn du schwörst, dass es keiner erfährt Irgendwas stimmt hier gar nicht Mit dieser Aya Raus aus dem Haus, sofort Möchtest du wissen, wie ich aussehe? Ja Ja Das, was mir Nossa Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020